So, Gott hebel, warum hab ich den Schnee nicht weggemacht? Mach weg den Schnee. Ah, wieso kann ich denn einer doll, die nicht aktiv ist, ablabeln? Das ist stupid. Wie ist das das Glanz? Wie ist das? Naja, muss er eine Story haben, das Game. Ähm... Ähm... Moment, Sabbel, Moment. Lass mich dir auf... Lass mich dir helfen. Ähm... Wie hieß das Ding? Pale... War das das hier? Ja. Willst du die Story des Games wissen? Ich kann sie dir nicht erklären, aber... Es gibt diesen unglaublich, äh... Handy-dandy Google-Doc, äh... Also Google-Doc mit nem... Mit der zusammengeschriebenen Story, der auch nur 107 Seiten, äh... Lang ist. Der so ziemlich alles von dem Game abdeckt. Zwar auf Englisch, aber... Die Story is weird. Ich hätte gern... Weiß ich nicht... Irgendwann... Organisiere ich mir mal ne gedruckte Version davon. Ist klar. Ist mein voller Ernst. Der hat sich irgendwie hingesetzt und hat er zusammengeschrieben. Ich versteh's bis heute nicht zu 100%. Ich mein, ich könnte ein Attribut skillen, ne? Und... Ich kann mal einen Attribut skillen, dann kann man auch direkt hier Bloodwiles noch holen. Boah, guck mal, 20 Bloodwiles? Ist klar, der erste Satz. Was ist denn der erste Satz von der Seite? Hab ich mir ja gar nicht durchgelesen. I didn't really like Dark Souls. Ja... Dark Souls ist ein bisschen... Flacher von der Lore als Bloodborne. Bloodborne ist ein bisschen... Evil. Warum hast du dich so aufgeregt? Warum zum Gaia? Seht ihr das hier? Das ist die Dolle. Und normalerweise... Wenn man Inside... Ich kann's eigentlich demonstrieren, weißt du was wir demonstrieren das jetzt? Wie ihr seht... Liegt die hier. Regelungslos überhaupt. Und das Ding ist normalerweise, wenn man folgendes hat, nämlich ein Inside, was man von Bossen kriegt oder ähnliches. Was ich mir jetzt einfach mal zuflöß, weil es kann. Und wieder in den Dream reinkommt. Ich glaub das ist der schnellste Weg, das zu zeigen, ja. Ähm, werdet ihr sehen was passiert. Keine Ahnung, warum das so ist. Ich glaub, weil ich schon mal einen Inside hatte, maybe? Das ist weird. Das ist super weird. Aber normalerweise, man sollte... Oh mein Gott, diese Ladezeiten. Das sind nicht Final Fantasy Ladezeiten, aber close enough. Close enough. Auf wenigstens sieht man inzwischen Tooltips, die man wenigstens angucken kann. Vorher hat man nur das Bloodborne Logo gesehen. Oh, schau mal. Die sieht plötzlich ziemlich lebendig aus. Die ist echt lebendig. Guck mal, wenn ich Emotes mach... Da geht sie drauf. Gott dammit. Man kann mit ihr reden. Hallo, guter Hunter. Ich bin ein Wälder. Hier in diesem Dream, um nach euch zu sehen. Honorable Hunter. Pursue die Echos der Blut. Und ich werde sie in deine Kraft. Du will hunt beast. Und ich werde hier für dich. Um zu entdecken deinen Sickly spirit. Und wieso war sie nur eine Puppe? Sie ist immer noch nur eine Puppe. Das Ding ist, Inside macht uns wahnsinnig. Und deshalb ist die Puppe am Leben. Das Ding ist, die Puppe. Ja. Das Ding ist, die Puppe. So gut, guter Hunter. May you find your worth in the waking world. Hat ein creepy Geheimnis. Und zwar, wie man... Man sieht natürlich ganz normal aus, ne? Ich meine, so puppig und überhaupt. Aber... Diese Doyle... Hat spezielle Augen, denn... Guck mal, wie ich Sinn kriege. Ich... 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 Warum ist der Analogstick so? Diese Doll hat... goddammit ich schwör analog sticks ne hat augen in ihren augen creepy as shit keine ahnung warum das ist ja aber ich hab mich aufgeregt weil ich nicht weil ich dachte ich kann nicht aufleveln ok aber aufgelevelt gehen wir jetzt fucking boss töten shit cleric beast muss sterben fuck cleric beast sieht aus wie eine scary katze ich glaube es hat ziemlich wenig mit einer katze zu tun mal gucken wir doch mal auf ein klick wie wir es jetzt den kriegen wenn nicht gehen wir einfach weiter wie alt ich bin ich bin zu alt definitiv zu alt ich hab ne 3 vorne mir verrate ich nicht komm lass sie einfach liegen alter sack ich geb dir gleich alter sack soll die richten in den molotovs mit naja versuchen wir mal durchzulaufen was kann schon schiefgehen was kann schon schiefgehen ok so cleric beast ne naja so Wollt der denn den Molotov hingeschmissen? Okay, das waren alle meine Mollos. Ja, ich habe noch Öluhren, ich hätte zuerst Öluhren draufschmeißen sollen, glaube ich. Ich sehe nichts. Ouch. Ich dachte eigentlich gerade auf seine Zwei-Hand-Attack. Äh, ich werde jetzt hier nicht sterben, das ist mein bester Tribe ist, ja. Ja. Das ist so crazy, die Welt. Ich habe die Tast... Das ist sogar ein Bullshit! Nicht aufregen, nicht aufregen. Nicht aufregen, alles ist gut. Alter, warum sind die Trigger von dem Playstation 4 Controller so dermaßen penibel? Alter Falter! Ich habe halt Dreieck gedrückt und ich halte den Controller so komisch, dass wenn ich Dreieck drücke, genau das passiert. Weil ich schwöre, ich komme halt so mit meinem Finger, weil ich den Controller so wirrt halt, an die Heavy-Attack-Taste. Gott dammit! Oh mein Gott! Okay. Wir sollten ein bisschen Kaltblut haben, richtig? Ja, wir haben Kaltblut. Okay, wir gehen zurück in den Hunter-Straum, geben all unser Kaltblut für fucking Molotovs auf und dann kriegen wir den Boss. Fuck the shit. Okay, wir benutzen das. Vielleicht sollte ich einfach noch mehrere verwenden. Wie viele Molotovs kriege ich da? Für 11. Let's go. Fucking scheiße, wie man. Kann ja nicht so schwer sein, da viel tot zu... Moment, Ölohren. Okay. Okay. So, Masterplan. Wir decken das Ding jetzt mit Öl und dann schmeißen wir da Molotovs drauf. Und wenn das nicht hilft, dann keine Ahnung. Dann schmeißen wir was anderes heute, weil irgendwie... Ich und Bloodborne, ey. Wir werden einfach keine besten Freunde. Ich weiß nicht warum. Das glaube ich ist ja hauptsächlich wegen Bloodwiles. Hauptsächlich wegen diesem dumm dämlichen Bloodwiles. Ich falle halt runter. Oh, noch mehr Molotovs. Sure. So, Aktion Nummer eins. Wo sind meine... Echos. Da hinten mit meiner Echos. 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 Was the fu- Da bin ich voll reingelatscht Das lass ich mir noch einreden Zu fern- Oh, ich hasse die Grab-Attack. Sie ist so dumm. Sie sind so dumm. Mein Gott, sterb doch! Dankeschön! Im Speedrun machen die das aber schneller. Ja, im Speedrun haben die auch einen fucking Beast Cleaver und keinen Zahnstocher. Weil Zahnstocher ist halt derp. Dieser Bass ist noch ziemlich leicht. Ich weiß, dass der ziemlich leicht ist. Ich weiß, dass der im Gegensatz zu Orphan... Also zu Orphan of course oder... Wie ist der andere? Moment. Was war denn im DLC? Orphan of course war der schwere. Und war Ludwig der andere schwere? Ja, ich glaub Ludwig ist der mit dem... Mit dem... Ganz ruhig. Mit dem Moonlight Greatsword. Und Lawrence war der Feuerheini. Just kidding, Bro. Im Speedrun sind die auch viel viel später hier. Machen die im Speedrun nicht als ersten Boss Gascoin? Ich glaub, die machen zuerst Gascoin. Und gehen dann weiter. Und gehen dann weiter. Ein pretty Schirm. Dass die Cleric erst super spät machen. Sobald der Zugang zu... Stand close. Now shut your eyes. Ja, der nächste ist Gascoin. Ich weiß nicht, ob ich gerade Lust auf Gascoin hab. Ähm... Ich bin so dumm. Ich wollte eigentlich Vitalität skillen. Ist egal. Shit happens. Passiert. Ähm... Bevor ich das hier mach. Habe ich nicht eben das Ding zum Upgraden gekriegt oder so? Das ist mein Lager. Was hab ich denn bekommen? Ist gar blöd. Ja. Schwertjäger ab. Ach so. Ja. Okay. Okay. Das Schwertjäger-Abzeichen war, dass ich anderen Kram kaufen kann. Richtig? Das gibst du auch nicht ab. Das behältst du und kriegst einfach dadurch mehr Sachen hier im Shop. Weit. Ja. Gegen... Alles klar. Alles klar. Ja, ja. Okay. Alles klar. Ich bin dumm. Passiert. Okay. Lawrence war für dich der Schwierigste? Ich bin... Oh, ich weiß nicht. Ich fand Ludwig schon ziemlich heftig. Ich hatte mit Lawrence eher weniger Probleme. Ich hatte bei meinem ersten Playthrough... Lawrence... Äh, nicht Lawrence. Ludwig war relativ heftig und Orphan war relativ heftig. Der Rest war machbar. Ähm... Macht das überhaupt Sinn von hier jetzt weiter zu gehen? Quatsch. Warum bin ich hier hingeportet? Ich glaub da hinten ist nichts mehr. Ich mein wir könnten hinter die Woofis laufen und gucken ob da noch irgendwas liegt. Aber da bin ich mir grad nicht sicher. Aber eigentlich... Ist das hier glaub ich so ein abgeschlossener Loop. Jetzt komm ja mein Freund. Und... Wow, die paar Level haben was gebracht, Mann. Ich one shot die jetzt mit dem Parry. That's neat. That's super neat. Und da sind die Woofis. Da ist der Typ. Das da unten ist quasi ein abgeschlossener Loop. Der war einfach... Nicht genug range. Come on. Goddammit! Warum versuche ich die Fair und Square zu fighten? Warum schieße ich die nicht einfach bis zum Abkupzen weg? Warum mache ich das? Ich geh mir jetzt einfach meine Ekos wiederholen und dann schieße wir die einfach. Warum versuche ich die... Ah... Ja, klar. Oh, du hast sogar meine Souls. Okay. Ich glaub das kann man nicht parryen. Das kann man parryen. Das kann man parryen. Okay. So, dann schießen wir halt... Shit out of this. Wo wart ihr? Hier war einer. Und... Hier. Und... Hier. Sehr spannend. Nicht? Hallo? Hallo? Wurf, wurf. Hey! Genau du! Komm mit! Oh... Kommst du nicht durch die Tür? Kommst du nicht durch die Tür? ... Fair and square... I don't care! Was mit dir? Nope. ich will eigentlich nur wissen was hinter euch ist wow, das war einiges an Blutphiolen so, gucken wir doch mal, was ist hier noch? wahrscheinlich gar nichts, wird achso, das hier ist ein zweiter Weg, ok nichts? what? ist echt gar nichts? wow außer die Treppe hier, keine Ahnung, wo die entführt oh, die führt nach hier, ok dann bin ich hier pretty much fertig der Sound ist eklig, holy shit war ich nicht gewohnt, dass wenn ich auf irgendwelche Leichen trete die nicht einfach mit einem Rack dollen, sondern tatsuehaftig irgendwie ekligige Sounds machen so, wupp und heißt, wir porten jetzt ich geb dir erstmal die 2000 aus, die ich hab äh fucking witt dann gucken wir mal eben, wie viel wir für Waffen-Upgrade brauchen was ist eigentlich irgendwas interessantes für mich, wenn ich alle deine Logo durch hab äh äh fünf stein sch- 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 Moment, Reset, Momine. Das ist nicht die Taste zum Parrain. Das ist die Taste zum Parrain. Oh, Goddammit. Warum bist du nicht tot? Die Taste habe ich nicht. Was? Ich habe ein riesengroßes Problem, und zwar immer, wenn ich versuche, Dreieck zu drücken, habe ich irgendwie meinen fetten Mittelfinger auf der blöden L1-Taste. Und die sind so dermaßen empfindlich, dass ich jedes Mal, anstatt mich zu heilen, das hier mache. Super dämlich. Was ist daran so schwer, hä? Was ist daran so schwer, hä? Scheint. Okay, und dann fangen wir mit dem Aufzug runter, und dann müssten wir eigentlich fast schon wieder da sein, wo wir eben quasi lang geleitet sind. auch so, dass ich keine Ahnung habe, von wo es hier weitergeht. Ach, das ist die Ecke hier, okay. Gottdammit, wenn man so viele Speedtrons gesehen hat, weiß man halt auch, wo es hier lang geht, ne? Oh, goddammit, hier ist ja schon Gascoin. Oh, shit. Oh, shit. Okay, let's do this. Let's go. Sorry. Ich hab's. Vielen Dank.